So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um Festivals gehen und um den Müllauf-Festivals. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, das ist gerade einfach medial ein ganz großes Thema, sowohl auf den Social-Media-Seiten als auch bei den großen, bekannten Boulevardblättern sieht man die großen Schlagzeilen, wie zum Beispiel sie wählen grün und vermüllen die Festivalgelände oder ein Großteil der grünen Wähler wirft ganz fahrlässig Plastikmüll umher. Das heißt, es ist ein ganz großes mediales Thema, natürlich auch im Moment durch Rock am Ring und Rock im Park. Ich glaube, es ist kein neues Thema. Ich glaube, wer so ein bisschen Rock am Ring und Rock im Park verfolgt hat in den letzten paar Jahren, der weiß, dass es in den letzten zwei Jahren immer wieder oder in den letzten drei, glaube ich, schon einen medialen Aufschrei gab, wie die Festivalgelände bzw. die Campinggelände hinterlassen worden sind, dass die stark vermüllt waren und deswegen kein komplett neues Thema, aber ich finde ein Thema, über das man sehr gut sprechen kann und wollte einfach mal die unterschiedlichen Blickwinkel einfach mal auflisten und dann mal gucken, zu welchem Entschluss man kommen könnte. Also, es gibt ja die einen, die dann sagen, hey, macht alles weg, ja, hinterlasst diesen Ort so, wie ihr ihn vorgefunden habt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, und das ist jetzt erstmal diese Kontra-Seite, diese Kontra-Wir-machen-den-Müll-nicht-weg-Seite, um die es erstmal gehen soll, das dagegen spricht, dass halt große Müllentsorgungsunternehmen extra dafür bezahlt werden. Das heißt, wenn ich eine Campingkarte kaufe, entrichte ich ein gewisses Geld, was dazu zur Verfügung gestellt wird, um dann den Müll, der entstanden ist, wegzumachen. Das heißt, große Maschinen rollen dann über das sogenannte Zeltgelände oder über den sogenannten Zeltplatz und räumen natürlich den ganzen Müll auf. Natürlich muss der große Müll dann nochmal besonders eingesammelt werden, aber dieser kleinen Müll, da würden diese Leute eh drüber fahren. Das heißt, ich errichte mein Geld und dafür wird dann natürlich die Arbeit gemacht. Das heißt, ob da jetzt mehr oder weniger liegt, das ist im Prinzip egal, weil sauber gemacht wird da eh. Das ist die Kontra-Seite. Die Pro-Seite ist natürlich eher, hey, wenn ihr irgendwo hingeht, dann hinterlasst es doch bitte so, wie ihr es vorgefunden habt. Und ich denke halt auch, dass ein Festival ist ein Ausnahmezustand. Auf jeden Fall. Und das soll es auch immer so bleiben. Also es soll auch immer ein Ausnahmezustand bleiben. Das heißt, drei Tage, keine Ahnung, kippe ich mir das Bier über den Kopf, esse nur Ravioli und meinetwegen werfe ich auch erstmal meine Bierdosen einfach in die Ecke, einfach weil es cool ist. Ich werfe sie einfach erstmal vor meinen Zeltplatz auf den Boden und sammle die auch, damit da so ein riesiger Berg entsteht und ich einfach weiß, wie viel Bier ich getrunken habe. Das ist ja alles cool. Das ist gar nicht die Sache. Und das soll auch gerne drei oder fünf Tage, je nachdem wie früh man anreist, soll das Ausnahmezustand bleiben, wenn ich da bin. Ja, da kann ich auch den Müll erstmal irgendwo in die Ecke werfen. Aber es spricht doch nichts dagegen, meiner Meinung nach, am letzten Tag einfach hinzugehen und zu sagen, hey Leute, jetzt räumen wir einfach auf, so als Gruppe. Oder wenn man einzeln ist, dann hat man natürlich auch einen kleineren Platz. Und ich denke, dass jeder, der schon mal auf dem Festival war und der dann aufgeräumt hat, der weiß auch, dass das dauert maximal eine Stunde, dann wirklich alles mal zusammenzupacken. Ja, und natürlich ist es anstrengend und kostet Überwindung. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich in alle Richtungen von meinem Zelt gucke und 20 Meter in alle Richtungen niemand sauber macht und ich dann der Einzige bin, der in meinem Viereck sauber macht, dann ist das deprimierend. Das muss man auch mal sehen. Ja, und auch jetzt das, was in den Medien ist, dass dann gesagt wird, oh, sie wählen grün und wollen ihre Zeltplätze nicht auf. Ich weiß ja, zweitens, das sind ja erst mal gar keine bewiesene Zahlen, weil wir wissen ja gar nicht, wer was gewählt hat und wer wie viel Müll hinterlassen hat. Natürlich, und das wird so sein, wird es auch Leute geben, die grün gewählt haben und die ihren Zeltplatz schlecht hinterlassen haben. Das ist so, das wird es immer geben. Aber es ist natürlich so, wie kann ich auch die Menschen dazu bewegen, ihre Zeltplätze sauber zu machen. Und da kommen natürlich auch nochmal die Veranstalter ins Spiel. Klar gibt es die Eigenverantwortung, wir können nicht nur die ganze Verantwortung auf die Veranstalter schieben, aber wir müssen natürlich auch sagen, und das wird teilweise natürlich auch sehr gut umgesetzt, aber ich habe auch gehört, dass es auf dem Rock am Ring teilweise nicht so gut umgesetzt worden ist, Mülltüten verteilt werden. Ganz einfach, es müssen Mülltüten verteilt werden. Das ist schon mal der erste Schritt, ja, für Leute, die keine mitgebracht haben oder um Leute einfach nochmal daran zu erinnern. Ja, und ich glaube, je mehr Leute du motivierst, das heißt, je mehr Leute um einen rum sauber machen, desto mehr hat man natürlich auch Bock, selbst sauber zu machen, weil du willst ja am Ende nicht das schwarze Schaf sein. Aber du willst auch nicht das schwarze Schaf sein, was nur sauber macht, das ist ja auch ganz klar. Und da muss jeder Veranstalter eines Festivals, glaube ich, proaktiv da werden und dann sagen, hey, wir verteilen schon mal Mülltüten und zusätzlich vielleicht etwas wie ein Müll-Fund-System, was natürlich, ja, dann noch am Ende schwer zu überblicken, so wer hat welchen Müll gemacht, wer ist für welchen Müll verantwortlich. Natürlich sagt dann jeder, hey, dafür bin ich jetzt zum Beispiel nicht verantwortlich, warum machen die das nicht weg? Das ist natürlich sehr schwierig. Aber wie gesagt, es gibt diese Pro- und Kontra-Argumente, die sind da, ja, die muss man jetzt abwägen, weil es ist halt wirklich so, dass da Unternehmen drüber fahren. Für mich ist es halt so, es sollte aber keine Ausrede sein, seinen Müll nicht wegzumachen, weil es auch einfach keine große Arbeit ist, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und seinen, in Anführungszeichen, Vorgarten am letzten Tag sauber macht, am letzten Tag nicht zwischendrin. Da können die Bierdosen runterfliegen, das ist ein Ausnahmezustand, das ist ein Festival. Es soll Spaß machen, man soll besoffen sein, man soll warme Ravioli essen, alles wunderbar, aber am letzten Tag einfach, zack, kurz, dreiviertel Stunde aufräumen, alles ist gut. Und wie gesagt, da hätte auch jeder ganz, ganz wenig Arbeit nur mit und allen wäre geholfen. Das ist halt so meine Meinung, auch wenn dann am Ende noch ein Müllunternehmen nochmal drüber guckt. Wir werden es wahrscheinlich auch nie erreichen, dass jeder seinen Müll wegmacht, darum geht es nicht. Aber dass wir das einfach erreichen, dass mehr Leute dann Zugang finden. Und ich glaube auch, dass viele das tun. Also im Moment in den Medien wird es ja so dargestellt, als ob niemand seinen Müll wegräumen würde. Also ich persönlich kann nur aus der Erfahrung sprechen, einmal Rock am Ring und auch mal auf dem Summer Jam Festival gewesen zu sein. Und da ist es auch schon so, dass auch viele zumindest ihren Müll wegräumen. Also ich möchte das auch gar nicht, dass es jetzt zu negativ wird. Weil es gibt auch die Leute, die ihren Müll wegräumen. Und davon gibt es auch viele. Aber es gibt natürlich auch viele, die ihren Müll nicht wegräumen. Also das hätte ich vielleicht mal vorweg sagen sollen. Aber es gibt auch die Leute und es ist auch gar keine Minderheit, es ist auch keine komplette Minderheit an Leuten, die ihren Müll wegräumen. Trotzdem ist es natürlich ein gewisses Problem, was entstanden ist. Und was heißt, was entstanden ist, was es früher vielleicht auch schon gab, aber da war es natürlich nicht so medial. Und es ist natürlich klar, dass einem das dann um die Ohren fliegt, wenn die junge Generation grün wählt und sich dann, also wie gesagt, wenn man das natürlich so pauschalisiert, dann ihren Müll nicht wegräumt. Das war so ein bisschen die Meinungen von allen Richtungen, die man so ein bisschen gesammelt hat. Jetzt will ich natürlich eure Meinung hören. Das heißt, was sagt ihr dazu? Seid ihr auf der einen Seite, die sagt, hey, Müll liegen lassen, Müllunternehmen kommt? Oder seid ihr auf der Seite, nee, ich hinterlasse meinen Ort, so wie ich ihn vorgefunden habe? Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Diskutiert da wirklich hitzig. Sagt auch mir eure Meinung und sagt, was ihr verbessern würdet. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Diskutieren und bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.